Okay, lasst uns mal eine Aufgabe zu Hilberts Hotel bearbeiten, die schon seit Jahren gewünscht wird. Mir schreiben immer Leute Mails, wie ist das denn mit den unendlich vielen Bussen und den unendlich vielen Gästen in Hilberts Hotel und das schauen wir uns jetzt mal an. Vielleicht, bevor wir das machen, nähern wir uns vielleicht nochmal der Problematik, dadurch, dass wir uns nochmal anschauen, was war eigentlich Hilberts Hotel. Okay, also Hilberts Hotel, wir haben ein Hotel, das hat unendlich viele Zimmer. Ich zeichne hier mal die unendlich vielen Zimmer. Jetzt erkennt er meinen Apple Pencil nicht. So, jetzt. Oh, bei dir merkt man richtig, dass du deine Arbeit liebst und das steckt an und ich tue mir ultra schwer mit Mathe. Ja, das freut mich, dass es ansteckt. Das ist eines meiner heimlichen Ziele hier, dass Mathe ansteckt. Der Spaß an Mathe. Okay, also. Hilberts Hotel, wir haben unendlich viele Zimmer. So, also hier sind die ersten Zimmer. Unendlich viele kann ich jetzt leider nicht hinmalen, aus bekannten Gründen. Nehme ich mal die ersten paar Zimmer. Hier geht es noch weiter unendlich lang. Zimmer eins, zwei, drei, vier, fünf und so weiter bis hin zur Endlichkeit. So. Und jetzt ist es so, die Zimmer sind alle belegt. Unendlich viele Gäste sind in dem Hotel. Und die übernachten da schon. Und jetzt, kennen wir schon, kommt ein einziger Gast und braucht ein Zimmer, aber alle sind belegt. Wer weiß noch, was der Hotelier macht? Weiß das noch jemand? Wie löst er das Problem? Also dieser eine Gast kriegt ein Zimmer, obwohl alle Zimmer belegt sind. Wie funktioniert das? Weiß das jemand? Eins weitergehen. Alle Personen gehen immer ein Zimmer weiter. Genau, jeder schickt ins Nächste. Alle rücken eins auf. Jeder zieht ein Zimmer weiter. Genau, also der hat so ein Durchsage-Channel irgendwie in die ganzen Zimmer. Und da wird, das wird zeitgleich in alle Zimmer gesendet. Also wie das physikalisch funktioniert, fragt mich bitte nicht. Aber der sendet zeitgleich in alle Zimmer und sagt, bitte alle Gäste ein Zimmer weiterziehen. Also nehmt eure Zimmernummer, addiert eins drauf und dann zieht eins weiter. Also die Gäste ziehen jeweils eins weiter. So sieht es dann ungefähr aus. Und dann wird Zimmer Nummer eins frei. Okay. Da kann dann der eine Gast einziehen. Das war klar. Okay. So, nächste Aufgabe war, jetzt kommt ein Bus mit unendlich vielen Gästen. Und die wollen auch alle ein Zimmer haben. Aber alle Zimmer sind belegt. Unendlich viele Zimmer. Was kann man machen? Was macht der Hotelier? Also der kann tatsächlich unendlich viele Zimmer freiräumen in einem Hotel, bei dem unendlich viele Zimmer belegt sind. Aber wie? Weiß das jemand? Okay. Ron. Alle mit zwei multiplizieren. Weil dadurch werden alle ungeraden Zimmer frei. Genau. Die werden von der Zimmernummer X auf die Zimmernummer 2X geschickt. Ja, jeder rückt auf ein gerades Zimmer. Genau. Er wird selbstständig und baut weitere Hotels. Genau. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, genau. Ja, also jeder soll seine Zimmernummer nehmen. X wurde vorgeschlagen und mit zwei multiplizieren. Also der aus Zimmer Nummer eins geht in Zimmer Nummer zwei. Der aus Zimmer Nummer zwei geht in Zimmer Nummer vier. Der aus Zimmer Nummer drei in Zimmer Nummer sechs und so weiter. Also wenn ich jetzt mit Zimmer Nummer X in Zimmer Nummer zwei X ziehe, dann sind anschließend Zimmer Nummer eins, drei, fünf, sieben und so weiter frei. Also alle ungeraden, alle Zimmer mit ungeraden Nummern sind frei. Und da können dann alle unendlich vielen Gäste aus dem Bus reinziehen. Das ist verblüffend. Also ich habe nochmal unendlich so viele Gäste, die gehen alle noch ins Hotel rein und trotzdem ist am Ende die Anzahl gleich groß. Man könnte meinen, ich habe ja die Anzahl der Gäste verdoppelt. Habe ich aber nicht. Am Ende sind es weiterhin unendlich viele Zimmer, die belegt sind. Das ist etwas, was sozusagen interessant ist in der Unendlichkeit. Ich kann die Anzahl verdoppeln und habe immer noch gleich viel. Okay, so und jetzt kommt die Aufgabe aller Aufgaben. Die habe ich irgendwann mal vor 100 Jahren in so einem Video gestellt und die Lösung nicht verraten. Und seitdem kriege ich ständig Mails mit der Bitte, 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 bitte. Sag doch mal, wie funktioniert das? Wenn unendlich viele Busse mit unendlich vielen Gästen, mit jeweils unendlich vielen Gästen kommen. Also auf einmal stehen unendlich viele Busse vor der Tür und in jedem Bus sind unendlich viele Gäste. In dem Hotel sind allerdings unendlich viele Zimmer bereits belegt. Wie kommen all diese Gäste unter? Wer die Lösung kennt, bitte nicht spoilern. Okay, so jetzt überlegen wir mal gemeinsam. Wie kriegen wir die Gäste darunter? Die unendlich vielen Gäste. Hat jemand eine Idee, was wir bräuchten oder einen Ansatz? Erstmal unendlich viel Personal brauchen wir. Es wird immer erstmal Personal gefordert. Alles klar. Die Tannakin. Unendlich viele Löcher zwischen zwei bisherigen Bewohnern. Ja, aber unendlich viele? Weiß nicht, reicht denn das? Die unendlich vielen Löcher zwischen zwei Bewohnern? Weil da geht ja dann vielleicht ein Bus rein. Oder wie kriegen wir dann unendlich viele Busse mit unendlich vielen Leuten rein? GH schlägt vor. Vielleicht spielt Zeit eine Rolle? Nein, Zeit spielt keine Rolle. Alle gehen immer gleichzeitig aus den Zimmern raus und ziehen um und räumen frei. xphnml erstmal die Busse untereinander stellen. Was hilft das? Können die nicht im Bus schlafen, Ron? Ja, genau. Auch eine gute Idee. Schlaf doch im Bus. Nee, die wollen natürlich schon ins Hotel, die sind lang gereist und so weiter. Das war schon eine längere Fahrt. Die hat unendlich lange gedauert, könnte man meinen. Und dann will man auch natürlich in ein Hotelzimmer. hat jemand eine Idee von euch? Überlineares umziehen, Flotschi Kelly. Was meinst du denn damit? Überlineares umziehen. Es ist ja ein Kreislauf und hört nicht auf. Das muss schon aufhören. Also wir sind zeitlich beschränkt. Die unendlich vielen Gäste, unendlich viele Busse müssen jetzt heute vor Anbruch von Mitternacht einziehen können. Idee, jedem Busfahrer sagen, dass bitte noch unendlich viel Platz bleiben sollte für die Nächsten. Ja, aber wie soll das gewährleistet werden? Flotschi Kelly schlägt vor. Eben ging es von X nach 2X, jetzt vielleicht von X nach X Quadrat. Okay, von X nach X Quadrat. Dann hätten wir 1, 4, 9, 16 und so weiter belegt. Und jetzt musst du noch sagen, wie die Gäste dann von den unendlich vielen Bussen einziehen, sodass die alle in separate Zimmer kommen. Es dürfen nicht zwei aus zwei unterschiedlichen Bussen oder so in das selbe Zimmer geschickt werden. Wir brauchen irgendeine Regel. Lord Hammer, man muss die Gäste geschickt durchzählen. Ja, geht schon in eine gute Richtung. XPHNML, immer vereinzelt Gäste aus verschiedenen Bussen auswählen und dann systematisch machen. Wie genau, müsste man sich dann noch überlegen. Genau, wir brauchen die Systematik. Ich gebe euch mal einen Tipp. Wir sagen den bisherigen Gästen, sie sollen mal auf die geraden Zimmernummer umziehen, so wie X, wie eben gerade. X nach 2X. Okay, also X nach 2X, sodass wir die ungeraden Zimmer übrig haben. Wir haben die ungeraden Zimmer, sind frei. Es schlägt vor, es werden eindeutige Kombinationen benötigt, Zimmernummern und Busse. Genau, eindeutige Kombinationen, Zimmernummern und Busse. Wir müssen die Gäste in den Bussen, basierend auf Bus und Gastnummer im Bus oder Fahrgastnummer, eindeutig einer ungeraden Zahl zuweisen. Das ist jetzt mein Tipp an euch. Ungerade Zahl. Wir können die Busse in Zimmerketten aufteilen, innerhalb der ungeraden Zahlen. Ja genau, du darfst die Busse durchnummerieren. Erster Bus, zweiter Bus und so weiter. Genau. Wir haben die Busse durchnummeriert. Unendlich viele Busse. Erster Bus, zweiter Bus, dritter Bus. Und in jedem Bus gibt es einen ersten Gast, zweiten Gast, dritten Gast, vierten Gast und so weiter, bis unendlich viele Gäste. Und die können wir jetzt systematisch auf alle ungeraden Zimmernummern verteilen. So, dass die einzelnen Busse oder die einzelnen Gäste jeweils immer jeweils in ein eigenes Zimmer kommen. Es werden keine Zimmer doppelt belegt oder so. Hat jemand eine Idee? Wie wir voneinander unabhängige, unendlich lange Zahlenfolgen bilden können, innerhalb der ungeraden Zahl. Bin mal gespannt, ob jemand draufkommt. 2n plus 1. Ja, aber was ist n an, ja? 2n plus 1 ist eine Formel für die ungeraden Zahlen, könnte man sagen, ne? Genau. So, wo kommt jetzt der erste Gast vom ersten Bus hin und der erste Gast vom zweiten Bus und der zweite Gast vom ersten Bus und der zweite Gast vom zweiten Bus und so weiter? n ist eine beliebige Zahl, die man einsetzen kann. Genau. Ist das die Busnummer oder die Personennummer innerhalb eines Busses? Vielleicht die erste Lieferung an Menschen in ungerade Zimmer schlägt G.H. vor und die zweite Lieferung in gerade Zimmer. Die geraden Zimmer sind ja belegt, da haben wir schon die bestehenden Gästereien verfrachtet, ne? Okay, Anja, die Personennummer innerhalb eines Busses. Wenn du jetzt 2n plus 1 nimmst und den ersten Bus, ne? Dann wird die erste Person im ersten Bus auf Zimmer Nummer 3 geschickt, ne? 2n plus 1, die zweite auf 5, die dritte auf 7 und so weiter. Wenn du den ersten Bus dann durch hast, hast du alle ungeraden Zimmer belegt und dann gibt es keinen Platz mehr für die Gäste aus dem zweiten Bus, aus dem dritten Bus und aus den unendlich vielen anderen Bussen. Wenn du jetzt die aus dem ersten Bus alle schickst auf 2n plus 1, mit n ist gleich die Personennummer innerhalb des ersten Busses, sind die Zimmer alle belegt. Alle unendlichen Zimmer. Alle ungeraden Zimmer sind belegt dann. Ja, da müssen wir noch weiter drüber nachdenken, genau. Ach, ich will euch auch nicht lange auf die Folter spannen, ne? Ja, da braucht man außerdem, ne, man braucht nicht unendlich lange, man sagt sozusagen allen Gästen gleich in die Zimmer rein, ne? Die laufen alle parallel, das kann man machen. Die Person auf jedes Ente ungerade Zimmer schicken. Welche Person auf das Ente? Wobei n die Busnummer ist. Ja, aber da kann man ja nur, ne, wenn n die Busnummer ist, angenommen, das ist der erste Bus, dann schickt man die Personen auf jedes erste ungerade Zimmer. Das funktioniert auch nicht, glaube ich. XPH. Man könnte zum Beispiel den ersten Gast aus dem ersten Bus nehmen, dann den ersten aus dem zweiten, den zweiten aus dem ersten, den zweiten aus dem zweiten, den ersten aus dem dritten, den dritten aus dem ersten. Ich hoffe, das Muster wird klar. Ach so. Du machst so ein Zickzack sozusagen durch die Busse. Das könnte eine gute Idee sein. Genau, Tesco aus Silberts Hotel. Das Diagonalkriterium, genau. Ich will das mal, ähm, ich veranschauliche das mal. Das ist eine Lösung, ne? Bin ich auch gar nicht drauf gekommen. Finde ich gut, ne? Also von XPH NML. Angenommen, wir haben jetzt hier so die Busnummer, eins, zwei, drei, vier. Und die Personennummer, eins, zwei, drei, vier. Und jeweils unendlich viele, ne? Dann schickt er auf das erste ungerade Zimmer diese Person, auf das zweite diese, auf das dritte diese. Und das könnte man vorgehen, auf das vierte diese, auf das fünfte diese, auf das sechste diese, siebte, achte, neunte, zehnte und so weiter. Das erinnert sehr stark an, ähm, den Beweis, dass die rationalen Zahlen gleichmächtig sind wie die natürlichen Zahlen. Und das wäre eine Lösung. Oh, die klingt, die sieht ganz gut aus. Super, ne? Eine super Überlegung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich exakt die Zählung jetzt gemacht habe, die du vorgeschlagen hast, aber ich glaube, das Prinzip war das gleiche, ne? Das ist eine Möglichkeit. Sehr gut, dass man die so verteilt. Und das sind jeweils dann die ungeraden Zimmer, ne? Also der kommt auf Zimmernummer eins, drei, fünf, sieben, neun, elf. Was allerdings schwierig ist natürlich, ja, das ist nicht so einfach, so eine Formel aufzustellen, welcher Bus und welche Person jetzt auf welches Zimmer kommt, ne? Es gibt noch eine andere Variante. Die verrate ich euch jetzt. Okay, seid ihr bereit? Wer es nicht wissen will, schaltet mal kurz den Ton aus. Okay, passt auf. Wir haben die ungeraden Zahlen, ne? Die haben wir frei. Wenn man die Busnummer zur Potenz nimmt, das geht schon in eine gute Richtung. Genau. Ein Ansatz, ein weiterer möglicher Ansatz, die Person zu verteilen ist, man geht über Primzahlpotenzen. Der erste Bus. Welche Zimmer beziehen die Gäste? Wir nehmen die erste, die zwei dürfen wir nicht nehmen, weil wir haben die geraden Zimmer schon belegt. Also nehmen wir die erste ungerade Primzahl. Drei. Der erste Gast geht auf Zimmer 3 hoch 1, der zweite Gast auf 3 hoch 2, der dritte Gast auf 3 hoch 3, der vierte Gast auf 3 hoch 4 und so weiter. Der zweite Bus. Der erste Gast geht auf Zimmer 5 hoch 1, der zweite auf Zimmer 5 hoch 2, 5 hoch 3, 5 hoch 4 und so weiter. Der dritte Bus. Der erste Gast geht auf Zimmer 1. Jetzt nehmen wir immer die nächste Primzahl. Primzahl, nicht die nächste ungerade Zahl, die nächste Primzahl. Also hier. Der erste Gast geht auf Zimmer 7 hoch 1, der zweite auf Zimmer 7 hoch 2, der dritte auf Zimmer 7 hoch 3 und so weiter. Der vierte Bus. Was ist die nächste Primzahl? 11. 11 hoch 1, 11 hoch 2, 11 hoch 3 und so weiter. Wir haben die Primzahlpotenzfolgen, von denen es einerseits unendlich viele gibt, weil es unendlich viele Primzahlen gibt. Es gibt unendlich viele Primzahlen, das ist der Satz des Euklids, es gibt unendlich viele Primzahlen. Und es gibt unendlich viele Primzahlpotenzen zu jeder Primzahl, weil ich natürlich hoch 1, hoch 2, hoch 3 und so weiter bis hoch n nehmen kann. Und die Zimmer sind disjunkt. Diese Folgen sind, die überschneiden sich nirgendwo, weil Primfaktorzerlegungen immer eindeutig sind für eine Zahl. Das heißt, wenn eine Zahl beispielsweise die Primfaktorzerlegung p hoch n hat, dann kann sich nicht gleichzeitig auch die Primfaktorzerlegung q hoch m haben oder so. Das geht nicht, weil die Primfaktorzerlegung immer eindeutig ist. Das heißt, es sind unendlich viele Ketten ungerader Zahlen und zwar eben der jeweiligen Primzahlpotenzen. Und da wird auch schon gesagt, da bleiben unendlich viele Zimmer frei. Ja, klar, bleiben unendlich viele Zimmer frei, ist doch egal. Also es bleibt das Zimmer 15 beispielsweise frei, wurde gerade gesagt. Lord Hammer, das geht nur dank der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. Genau, nur deswegen. Es geht wegen der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung und wegen des Satzes Euclides natürlich, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Es bleiben Lücken, Zimmer 1 ist auch frei, okay. Ja, no problem. Genau, wenn du Primzahl ein Produkt teilt, musst du ja auch einen der Faktoren teilen. Es bleiben unendlich viele Zimmer frei. Naja. Wandinsky, wollen wir noch eine Lösung probieren mit Formel und ohne Lücken, okay? Hast du eine Idee? Ja, jetzt wollt ihr die Gäste ohne Lücken auf die Zimmer bringen. Naja, da hatten wir ja vorhin eine Lösung. Hier dieses Diagonalverfahren. Wenn ihr keine Zimmer frei lassen wollt, dann macht ihr das. Wandinsky, sowas wie K mal 2 hoch N plus 1 plus 1. Was ist denn da K und was ist N? N ist die Busnummer und K ist der Insasse. Ah, okay, also die Busse werden verteilt auf alle Zweierpotenzen. Also Busnummer. Na gut, wir können uns die Bilder ja auch mal anschauen, was du jetzt überlegt hast. Also du schlägst vor, K mal 2 hoch N plus 1 plus 1. Also, naja, okay, du willst keine Lücken lassen, also du willst minus 1 machen. Okay, so, also nehmen wir mal Busnummer 1, also N ist die Busnummer und K ist der Insassennummer. So, okay. Okay, das heißt, der erste Bus wird verteilt auf Vielfache der 4 und am Ende ziehe ich 1 ab. Ne? Richtig? Okay, es wird, äh, sagt K, P, H, M, L, der zweite Gast aus dem ersten Bus kommt ins gleiche Zimmer wie der erste Gast vom zweiten Bus, oder nicht? Müssen wir mal schauen. Ah ja, genau, müssen wir auch, ja, genau, das ist ein Problem, ne? Also, der zweite Gast aus dem ersten Bus, machen wir mal, wenn K gleich 2 ist, ne? Dann haben wir 2 mal 4 minus 1 ist gleich, kommt ins Zimmer Nummer 7. Wenn wir aber den ersten Gast aus dem zweiten Bus nehmen, dann wäre das 1 mal 2 hoch 3 minus 1 ist gleich 8 minus 1 ist gleich 7. Ah, X, P, H, genau. Du hast es sehr gut gesehen, ne? Das Problem ist, dass alle geraden Ks, alle geraden Ks, hier ja sozusagen eine 2er Potenz oder eine 2 noch dran multiplizieren, wenn dann gerades K ist, ne? Oder mehrere sogar. Und dann gibt es Überschneidungen. Trotzdem gute Idee, ne? Kann man ja mal probieren. Uns nicht. Sehr gut bemerkt. DT Anacan, wie ist es mit dem Ansatz Startbesatzung von X auf 2X, erster Bus dann auf die ungeraden? Jetzt trikursiv wiederholen. Ach so, ah ja, genau. Also du willst erstmal alle bestehenden Gäste auf die geraden Zimmer schicken, den ersten Bus auf alle ungeraden und dann das Ganze wiederholen mit dem nächsten Bus und dem nächsten Bus und dem nächsten Bus. Das dauert aber unendlich lange. Das können wir uns nicht leisten. Die müssen alle gleichzeitig einziehen. Wandinsky lässt nicht locker. Okay, lass uns 2K minus 1 mal, so, 2 hoch N plus 1 minus 1 probieren. Ah ja, das sieht schon besser aus. Also der erste Bus, der erste Bus, wir haben ja gesagt, N ist die Busnummer. Das heißt, der erste Bus ist 2K minus 1 mal 2 hoch 2, also mal 4 und dann ziehen wir immer 1 ab. So, und jetzt haben wir hier, die, haben wir hier 2K minus 1, K ist die Personen, die Personennummer, ne, K ist die Personennummer. Das heißt, hier gehe ich jetzt die ungeraden Zahlen durch. Wenn K 1 ist, kommt hier 1 raus. Wenn K 2 ist, kommt 3 raus. Also 1, 3, 5, 7 und so weiter. Das heißt, wir haben, hoppala, wir haben 1 mal 4 minus 1, 2 mal 4 minus 1, 3 mal 4 minus 1, Entschuldigung, Quatsch, falsch. Wir haben nicht 2 mal 4 minus 1, sondern 3 mal 4 minus 1, 5 mal 4 minus 1, 7 mal 4 minus 1 und so weiter. Das heißt, hier kommt 3 raus, 3 mal 4 minus 1 ist 11, 5 mal 4 minus 1 ist 19, 7 mal 4 minus 1 ist 27 und so weiter. So, das ist die Reihe für den ersten Bus. Gucken wir uns den zweiten Bus an. 2K minus 1 mal, und jetzt die nächste Zweierpotenz, 8, ne? Minus 1, okay. Also haben wir 1 mal 8 minus 1, 2 mal 8, nicht 2 mal, wieder den gleichen Fehler gemacht. Immer die ungeraden Vielfache. 3 mal 8 minus 1, 5 mal 8 minus 1, 7 mal 8 minus 1, ne? Kommen wir hier auf 7, 3 mal 8 minus 1 ist 23, 5 mal 8 minus 1 ist 39, 7 mal 8 minus 1 ist 550 und so weiter. Okay, XP an dem 11 vermutet, dass jetzt irgendwann doch eine Überschneidung kommt. Okay, Anja, viel Spaß beim Kochen, grüßt deine Oma von uns, ne? Und ja. 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 So, jetzt wird hier vermutet, es gibt irgendwann Überschneidung, und man hat es gesagt, ich glaube jetzt aber nicht. Denn man kann aus der Formel jetzt N und K eindeutig über die Primfaktorzerlegung von Index plus 1 rekonstruieren. Genau, angenommen, wir lassen das minus 1 mal hinten weg, ne? Das geht ja nur darum, dass wir in den ungeradenen Zimmern landen, ne? Wenn wir das mal ausklammern, das minus 1, dann haben wir ja diesen Ausdruck hier. Und ich habe immer eine ungerade Zahl mal eine Zweierpotenz. Immer eine ungerade Zahl mal eine Zweierpotenz. Das bedeutet, zwischen den Bussen gibt es keine Überschneidung, weil die Zweierpotenzen unterschiedlich sind. Also die Primfaktorzerlegungen der Zahlen zwischen den Bussen sind unterschiedlich. Beim ersten Bus habe ich immer mal 4, beim zweiten immer mal 8, beim dritten immer mal 16 und so. Und da der Faktor, mit dem die Zweierpotenzien multipliziert werden, immer ungerade Zahlen sind, kann es keine Überschneidungen zwischen den Bussen geben. Und auch innerhalb eines Busses kann es keine Überschneidung geben, weil die Faktoren, die personenbezogenen Faktoren, die Vorfaktoren, die ungeraden Zahlen auch alle unterschiedlich sind. Also es gibt, und weil die Zahlen alle unterschiedlich sind, kann ich auch von allen Zahlen 1 abziehen, sind sie auch unterschiedlich. So, okay. Also tatsächlich, sehr gut, Wandinski, du hast eine weitere Lösung gefunden. Und es wird noch optimiert, dass man vielleicht doch hoch N, 2 hoch N und nicht 2 hoch N plus 1 nehmen sollte, weil sonst die 5 fehlt. Okay. Ja, wir können das vielleicht noch optimieren, ne? Und jetzt brauchen wir natürlich eine Begründung, warum es gar keine Lücke geben kann, oder? Also bist du sicher, dass nicht sonst auch irgendwo noch Lücken entstehen? Gibt es ein Argument, dass da keine Lücken entstehen jetzt? Also angenommen, wir nehmen mal die Formel, die du gerade vorschlägst. 2k minus 1 mal 2 hoch N minus 1, ne? Das ist die Formel, die du vorschlägst. Und beim ersten Bus können wir gleich mal schauen, der erste Bus, welche Zahlen entstehen da? Ich habe immer mal 2, also 1 mal 2 minus 1 ist 1. Dann kommt 3 mal 2 minus 1 ist 5. 5 mal 2 minus 1 ist 9. 7 mal 2 minus 1 ist 13 und so weiter. Beim zweiten Bus nehme ich immer mal 4. 1 mal 4 minus 1 ist 3. 2 mal 4 ist 8, minus 1 ist 7. 3 mal 4 minus 1 ist 11. 4 mal 4 minus 1 ist 15 und so weiter. Und dann dem dritten Bus nehmen wir immer mal 8. 2 hoch 3 mal 8. Oh. Habe ich mich vertan? 1 mal 8 minus 1 ist 7. Da hätten wir ja eine Doppelung, oder? Habe ich mich hier vertan? Was machen wir? Wir nehmen mal 4. 2 mal 4. Ne, achso, ich habe mich vertan. Ich habe mich hier vertan, Leute. Hat es jemand gemerkt? Oder war ich einfach zu fast hier? Gucken wir nochmal. Also, hier nehme ich immer mal 2 hoch 2, also mal 4. 1 mal 4 minus 1 ist 3. 3 mal 4 minus 1 ist 11. 5 mal 4 minus 1 ist 19. So, 7 mal 4 minus 1 ist 27. So, okay. Jetzt gehen wir zur 8 mal 8. Dann kommen wir hier auf die 7 als erstes. Genau, also, 1 mal 8 minus 1 ist 7. 3 mal 8 minus 1 ist 23. 5 mal 8 minus 1 ist 39. Und so weiter. Jo, jetzt sauber die Horkschnitte. Ja, genau. Genau. So, und Wandinsky bringt jetzt folgendes Argument. Jede natürliche Zahl ist von der Form 2 hoch n mal 2k minus 1. Hey, Glückspädagoge, schön, dass du da bist. Das Argument ist, Ich zerlege eine Zahl in ihren geraden und ihren ungeraden Primfaktoranteil. Das ist der gerade Primfaktoranteil, das ist der ungerade Primfaktoranteil. Und dadurch kriege ich alle natürlichen Zahlen. Und es werden keine Lücken entstehen. x per n mal, ja, es kann keine Lücken geben, da hier jedes ungerade Vielfache einer Zweierpotenz minus 1 vorkommt. Und wenn wir jetzt die Primfaktorzerlegung einer ungeraden Zahl a betrachten, das a plus 1 gerade, wird also von einer Zweierpotenz geteilt. Jetzt nehmen wir alle Zweien aus der Primfaktorzerlegung raus und haben eine ungerade Zahl. Also ist jede ungerade Zahl ein ungerades Vielfaches einer Zweierpotenz minus 1. Genau, das war, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ähnlich wie ich es gerade formuliert hatte. Wir haben einen ungeraden Anteil und einen geraden Anteil in der Primfaktorzerlegung und können so alle Zahlen generieren. Hi, Bio, bin zum ersten Mal dabei, habe nicht nur die Aufgabenstellung verpasst, sondern auch keine Ahnung, schaue dennoch interessiert zu und vielleicht verstehe ich noch, worum es geht. Kein Problem, das Video hier wird anschließend auf YouTube gestellt und dann kannst du nochmal schauen, später, worum es ging. Okay? Ja, genau, dort haben wir es geht um Hilfe zu tun. Ich glaube, wir sind aber fertig mit der Aufgabe. Also jetzt haben wir wirklich drei Lösungen generiert und ich muss sagen, was ich jetzt toll fand, zwei davon kannte ich nicht. Nämlich die erste mit dem Diagonalverfahren. Das Diagonalverfahren kannte ich von dem Beweis mit den rationalen Zahlen, aber hier in dem Zusammenhang auch schön, funktioniert auch sehr gut. Und die letzte Lösung von Wandinsky ist natürlich auch großartig. So, das sind alles abzählbar unendlich große Mengen, mit denen wir bislang gearbeitet haben. Über Abzählbarkeit haben wir jetzt hier in dem Kontext noch nicht, Lord Hammer. Okay, ich würde sagen, wir beenden diese Aufgabe mal. Sehr schön, viele verschiedene Lösungen generiert. Und, ähm, ja. Und, ähm, ja.